Molle de Tramix hier. Es ist wieder Zeit für die nächste Tierlist. Wir haben alle, oder super, super viele Kinderserien von früher. Und einige, die super beliebt waren, fand ich richtig scheiße. Ich müsste eigentlich alle kennen. Ich habe sowohl die Kinderserie meiner Jugend geschaut, aber mein Bruder, der fast vier Jahre jünger ist als ich, da lief das dann auch nochmal irgendwie im Fernsehen. Das heißt, ich habe beim Essen oder so das mitverfolgen können. Ich hoffe, ich kenne viele Sachen. Humatra ist mit am Start. Immer wenn man so welche Tierlists macht, streitet man sich richtig heftig mit den Streamern der Community. Deswegen sagt einfach gerne eure Meinung. Das ist cool, wo ich am heftigsten falsch liege. Aber chillt, okay? Keine Beleidigung. Das Ganze dient nur der Unterhaltung. Alles klar, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Wird lange gehen, glaube ich. So, Humatra. Ja? Ich hoffe, das sind ja richtig viele, ne? Ich hoffe, dass hier irgendwo die Extreme Dinosaurce dabei sind. Steht ja immer noch ein Name dazu. Nee, ne? Scheiße. Nee, nee, nur die Wilder. Das meiste erkennt man. Das Erste erkenne ich zum Beispiel nicht direkt. A Kind of Magic, was ist das? Kenn ich nicht. Warte mal, was haben wir überhaupt? Perfekt, der Macher ist ein Genie. Sehr gut. Edo. Trotzdem nur der Sasuke von Naruto. Ausgezeichnete. Was laberst du? Besser als der Standard-Shit. Das sind so viele Rechtschreibfehler in der Tierlist. Was laberst du? Ach so, oh mein Gott. Du hast einfach... Oh, ich hasse dich. Das sind überall Rechtschreibfehler. So, nenn mal das letzte Omen irgendwie E. Hab ich nicht geschaut. Weil wir auch eine Liste waren für Sachen, die wir nicht geschaut haben. Ja, in E ist nicht geschaut. Kann man das Omen nennen? Genau, ja, ja. Einfach auf das Zahnrad. Okay. Ja, dann let's go. Das Erste hab ich nicht geschaut. Zweite Adventure Time. Hast du geschaut? Ist das so alt? Das geht einfach nur um Kinderseien. Adventure Time ist auch nicht. Das ist ja schon zehn Jahre alt. Echt? Okay. Habe ich geschaut immer mal wieder, werden mir auf YouTube ein paar Klicks gezeigt. Fand ich ja extrem geil. Ein paar Klicks werden dir da gezeigt. Ist das nicht mit diesem kleinen hässlichen gelben Hund? Ja, genau. Der sich verwandeln kann? Ja, übel sick. Mir wurden wirklich nur die besten Szenen auf YouTube vorgeschlagen. Ich hab sie nie geschaut. Aber mir wurden die besten Szenen auf YouTube vorgeschlagen. Und das würde ich ein SS geben. Ich würde es tatsächlich nur in S packen. Hier sind einige Serien drin, die ich schon gesehen habe, die ich deutlich besser finde. Puh, das waren schon teilweise sicke. Das waren schon, das war, also, mir wurden wirklich nur die besten Szenen, ich weiß nicht, wie es allgemein war, mir wurden wirklich nur die allerlustigsten Szenen auf YouTube vorgeschlagen. Ja, ja, mir. Holy shit. Double S. Wo dieser, wo dieser, wo dieser Limonadentyp übel ausrastet. Das könnte ich mir immer wieder anschauen und lachen. Aber es sind bessere Serien dabei. Auch nostalgischere Serien für mich an der Stelle. Double S. Weiter geht's mit Alf. Das ist für mich die SS-Serie. Da hatte ich, ähm. Ich finde Alf ist so eine Legende. Ich war da sehr jung irgendwie. Ist das nicht super alt? Ist das nicht älter als du sogar? Ja, ja, Alf ist ultimativ alt. Und ich fand Alf immer richtig scheiße. Oh, das Alf ist älter als du, du fixer. Ich weiß. Ich hatte Angst vor Alf. Ich hab den Humor nicht verstanden. Ich hab's viel zu früh geschaut. Vielleicht war ich da irgendwie zehn oder sowas. Ich hab keinen Gag verstanden und hatte immer Angst vor denen. Deswegen muss ich denen fucking C geben. Lass mal S in S plus umnennen. Das find ich auch gut. Ja. Weil ich will nicht die ganze Zeit sagen, wir packen es in die SS-Liste. Das fühlt sich ganz schön an. Ja, wer macht so einen Scheiß? Hab ich auch schon grad gefragt. S plus. Okay, weiter geht's. Elven und die Chipmunks? Ja, aber das ist doch falsch. Elven und die Chipmunks, oder? Ja, das sieht aus wie animiert. Das würde ich tatsächlich... Ja, weg. Nicht geschaut. Oder würde ich beißen. Lieber Kanal wechseln tun. Okay, weiter geht's. American Dead. American Dead ist witzig. Würde ich... Ist sehr stark. Hat auch teilweise super, super starke Szenen. Aber kann nicht mit Family Guy mithalten. Ich würde es auf A tun, tatsächlich. American Dead ist für mich eine A-Serie. Ja, A ist gut. A ist fair. American Drain, hast du geschaut? Ein bisschen, ja. American Dead war nicht so geil. Ich glaube, da war ich schon zu alt. Das war so eine Serie. Ich habe ja den Vorteil, mein Bruder ist dreieinhalb Jahre jünger als ich. Das heißt, der Fernseher lief noch beim Essen im Wohnzimmer oder sonst wo. Und da liefen dann so welche Sachen. Das heißt, vielleicht war ich da schon zu alt. Vielleicht mit 14, 15. Aber ich habe dennoch ab und zu reinschauen können. Er hat mich jetzt aber nicht so gecatcht. Ich packe es in B. Okay. Angela Anaconda. Also das ist allein wegen dem Legendenstatus. Es kommt das bei mir sofort in S+. Es hat einen Legendenstatus, aber ich fand es immer scheiße, als es damals im Togo Clever Club auf Superherty oder so lief. Hat mich abgefuckt, die Zeichnungen. Ja, ja. Es ist ganz beschissen. Es ist übel legendär. Ich würde mir jetzt am liebsten auch mit dir die erste Folge Angela Anaconda einfach reinziehen auf YouTube. Weißt du, einfach nur, weil es so witzig ist. Aber es war mir zu weird. Und das gibt ein C. Es ist ein Legenden-Ding, aber ich habe es damals nicht gefeiert. Okay, weiter geht es mit... Habe ich nicht geschaut. Nicht geschaut. Fucken auch ab. Craft Attack ist definitiv S+. Was? Was? Art Attack, sorry. Ich habe Craft Attack gesagt. Art Attack, ja. Art Attack. War schon sick. Ich gebe dem ein A. Habe ich so gefeiert? Nee, ich muss auch ein B machen, leider. Es ist schon geil, aber ich habe es nicht so... Also ich weiß, dass es richtig geil ist, aber ich selber fand es nicht so geil. Wie zum Beispiel bei den Games Counter-Strike. Ich weiß, dass Counter-Strike und Valorant ein unglaublich geiles Game ist und hat eine ganz tolle Daseinsberechtigung und ist unfassbar gut. Aber ich selber, zum Schauen, beziehungsweise zum Spielen, ist es nicht so nice. Aber ich weiß, dass das Art Attack eine unfassbar geile Serie ist, aber ich fand sie nicht so nice. Ist das okay so? Ist okay, kannst du sagen. Mir egal. Avatar S+. S+, ja. Keine Diskussion. Habe ich sogar, glaube ich, nochmal geschaut. Damals, kurz bevor, kurz bevor ich mit Clash Royale angefangen habe, habe ich ja ganz doll Clash of Clans gesucht. Ich habe alle Serien geschaut, die es gibt. Da war ich, glaube ich, 19. Ich habe mit 19 nochmal komplett Avatar durchgeguckt. So doll ist das bei mir, S+. Das werde ich auch nochmal schauen. Ich werde vielleicht... Mein Wurz ist auch riesen Avatar-Fan. Ich glaube, ich werde nochmal ein, zwei Jahre warten, da werde ich mir Avatar nochmal komplett reinziehen. Nee, ich habe es geschaut, fand es kacke, muss immer umscheinen. Das nächste erkenne ich nicht. Ich auch nicht. Das sind, glaube ich, diese Figuren. Kennst du diese Rolldinger? Diese Figuren, die sich aufklappen? Hast du sicher schon mal in einem... Ja, nicht geschaut gepackt. Ben 10. Ben 10 fand ich ultimativ ein Standard-Shit. Was? Wenn nicht sogar schlechter. Ben 10 habe ich nie gefühlt. Das war übel sick. Der konnte sich in jeder Situation in das verwandeln, was er braucht. Ben 10? Ben 10 fand ich gigatrash. Oh mein Gott. Also nicht gigatrash, aber ich habe es überhaupt gar nicht gefühlt. Ben 10? Das war übel sick. Nee, überhaupt gar nicht. Ich habe, glaube ich, auch nicht viele Folgen geschaut, was machst du? Benjamin Blümchen, voll der scheiß Weirdo. Fand ich immer nervig. Mega geil. Der kommt für mich in A. Ach, Digga, mit der scheiß rasenden Reporter, die nie die Schnauze gehalten hat. Ich wurde extrem aggressiv mit 10. Benjamin Blümchen ist legendär. Ganz komisch. Aber nicht so legendär wie Angela Anaconda halt. Keine Ahnung. Nee, Benjamin Blümchen. Es hat halt auch einfach Legenden-Status. Guck mal, hier Alf, Angela Anaconda und Benjamin Blümchen. Fand ich persönlich, als es früher im Fernsehen lief, habe ich immer gesagt, oh, scheiße, jetzt läuft Benjamin Blümchen und musst du umschalten oder abschalten und musst du dann rausgehen oder musst du mich anderweitig beschäftigen, weil ich es halt gar nicht gefeiert habe. Das sind alles Legenden-Serien, aber ich fand sie damals scheiße. Bernd das Brot. Lief immer nachts auf Kika, wenn der Sendungsschluss war. Ganz unheimlich auch. Ah, ausgezeichnet. Besser als der Standard-Shit. Ganz, ganz geschissen immer. Ich habe ihn immer gefühlt. Ich habe ihn immer gefühlt. Ich habe Bernd immer gefühlt. Ich habe ihn immer gefühlt. Hat mich nicht abgeholt. Ich muss es in den Ziel oder B packen. Irgendwie konnte ich mit ihm immer relaten. Ich weiß auch nicht, wieso. Nee. Er sitzt da nachts und ist nur die Abendshow, weil alles andere schon weg ist und sie kein Programm mehr haben und er muss einfach da sitzen und dumme Kommentare vorlesen. Weißt du, was ich meine? Irgendwie konnte ich da sehr relaten. Big-Time-Rush. Ja? Kommt bei mir ins D. Habe ich nie geguckt. Ich habe seinen Namen noch nie gehört. Lief ab und zu, fand ich immer mega beschissen. So eine dumme... Nicht geschaut. Oh Gott, das nächste. Plus Clues. Wer hat einen... Ich war zu alt, als ich es geschaut habe. Mein Bruder hat es immer geschaut und dann durfte ich sagen, jo, jetzt darf er das Programm aussuchen und dann du. Und dann war mein Bruder dran und schaut, scheiß Plus Clues, aber ich war da irgendwie schon 14 oder sowas. Und das war wirklich eine Serie für Fünfjährige. Ich habe blau und schlau gelöst. Nee. Kommt für mich bei A. D. Macht mir aggressiv. Ausgezeugt. Besser als... Ey, 80% der Serie machen mich hier todesaggressiv. Bob, der Baumeister, hat mich immer richtig abgefuckt. Ich fand den immer ganz nervig. Der war immer so nervig. Er war so optimistisch, so Moralapostel, so immer gut gelaunt und hat jedes Problem gelöst. Es ging mir wahnsinnig auf den Sack. War ich aber auch zu alt. Gleiches Ding. Mein Bruder hat es geschaut, war ein Riesenfan. Lief dann. Ich fand es immer kacke. Bob, der Baumeister, ist aber auch eine Legende. Also ich würde jetzt ein D packen, aber weil er so eine Legende ist, packe ich ihn in ein C. Ja. Was ist das Nächste? Den kenne ich. Der große braune Bär im blauen Haus. Heißt das so? Bär im blauen Haus? Fand ich sehr nice. Fand ich sehr nice. Würde ich in A packen. Muss ich leider auf. Habe ich nicht geschaut gucken. Boah, was? Ich kenne ihn, ich kenne ihn, aber ich könnte ihn jetzt nicht bewerten. Muss ich ihn, habe ich nicht geschaut, John. Okay. Das Nächste. Fand ich so witzig, habe ich immer geschaut. Da war ich so abgefuckt, Alter. Die waren so scheiße, alle. Die waren alle so scheiße. Ja, fick. Das fand ich so witzig. Was denn der? Was geht? Den fand ich witzig. Den fand ich witzig. Guck mal, wie dumm er aussieht. Hätte ich gar nicht irgendeine Scheiße gemacht. Das ist, das ist Baloo und seine Tollkönig Crew. Ja, richtig. Das war insane. Das war richtig geil. Das würde ich auch tatsächlich auf S Plus packen. Allein wegen dem absoluten Banger Intro. Ja, ne? Die Serie hatte ein Intro, was, das würde ich, wollen wir es kurz sagen? Ja, S Plus. Also, Baloo ist insane stark. Das war, das war auch richtig spannend einfach. Das waren ja immer, das waren ja immer Luftkämpfe, ne? Also richtig Krieg in der Luft einfach. War krass. Krieg in der Luft. Cat and Dog habe ich nicht geschaut. Cat Dog. Mich auch aggressiv gemacht. Die Katze war immer ultra nervig und der Hund hat todesgenervt. Äh, Shin-Chan? Für Avatar müsste es noch eine extra Kategorie geben. Ja, ich würde Avatar sogar noch einen drüber packen. Wieso? Ich muss Adventure Time einen runter packen. Ich habe es von S Plus auf S getan. Weil das ist zu heftig. Also Avatar bräuchte noch einen drüber. Ich werde super viele in S Plus machen, aber Avatar ist S Plus Plus. Shin-Chan. Der hat einfach die ganze Zeit Leute angefurzt. Das finde ich und allen seinen Arsch gezeigt. Der hat allen seinen Arsch gezeigt, alle abgefuckt. Geiler Typ einfach. Ultra geiler Song-Intro ist S Plus. Der hat alle abgefuckt. Seine Erzieherin, seine, seine, seine Lehrerin, seine Mom, der hat alle so abgefuckt. Der hat nur Scheiße gemacht. Das ist so ein richtig asoziales Dreckskind. Und der war so geil. So und geil. So geil. Hier, die Chipmunks. Nee, die, wie heißen die, die, hier, die die ganze Zeit Verbrechen auflösen. Chip und Chap? Chip und Chap, danke, genau. Ritter des Rechts. Mit Oscar, mit Käse. Der hat immer Käse gerochen und dann ging er übel ab. Äh, Todes Nice. Pack ich ein S, pack ich ein S. Ich hab sie, hab ich nicht geschaut. Das pack ich in, das nächste pack ich in D. Was denn? Die sind zwei Vollidioten. Die kenn ich nicht. Nicht geschaut. Aber sie fucken mich so ab, dass ich sie in D packe. Coco, der neugierige Affel? Nicht geschaut. Als nächstes, Timmy Turner und die helfenden Elfen. Das war geil, das pack ich in A. Und ich hab seine Eltern auch gut abgefuckt. Der war immer in Situationen, die waren saugäßig. Und auf, wie heißt aber seine Scheißschwester oder Aufpasserin da? Nee, ich muss ihnen in S tun und die Chipmunks in A. Wie hieß die, die immer auf ihn aufgepasst hat, die so richtig scheiße war? Vicky, ja. Ja, die hat mich zu krass abgefuckt. Dinkelberg. Man muss nur Dinkelberg sagen. Ich hab den B. Nicht verziehen, das find ich schon witzig. Äh, der Geist, der Geisttyp hier. Silver. Danny Silver? Nee. So, wie heißt der? Scheiße. Phantom. Danny Phantom. Ja, war okay, war gut. C. B. C ist gut. Besser. Darkwing Duck. Kennst du? Klar, klar, klar. Fand ich auch ziemlich lit, muss ich sagen. Warte, was? Kommt bei mir zu A. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Ich find A, es ist ausgezeichnet besser als der Standard-Shit. Das Haus Anubis hab ich nie geschaut. Aber das war so ne Real-Life-Serie. Mit echten Schauspielern, glaub ich. Und allein deswegen würd ich's in D packen, weil mich sowas immer abgefuckt hat. Ja, echte Schauspieler zu packen. Als nächstes. Detective Conan ist Selbstgänger. S Plus, automatisch. Was? Das ist ein Anime, Max? Avatar doch auch. Ja, und Chin-Chan auch. Du hast drei Animes in deinen S Plus. Ja. Mach dir, also, wie kannst du denn Animes so haten? Oh, jetzt kommt der wieder. Ist doch klar, haben wir doch schon tausend Mal durchdiskutiert. Ja, aber... Hatten wir auch, hatten wir auch beim Event durchdiskutiert. Erinnerst du dich? Ja, haben wir auch beim Event durchdiskutiert. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und die anderen, die anderen haben meine, mein Punkt gefühlt. Ja, aber dann, dann schaust du, ja, keine Ahnung, aber guck mal, wie geil diese Avatar, Chin-Chan und... Avatar ist kein Anime. Das wurde in Japan gemacht. Merkt man direkt. Okay, als nächstes diese zwei Biber-Scheiß-Dudes. Die fand ich so witzig. Digga, du feierst alles viel zu sehr. Ich bin von allem sauer. Ey, ich fand die so scheiße. Ich weiß nicht, ich hab Fernsehen sehr genossen, muss ich sagen. Bevor ich dann mit Videospielspielen angefangen habe, hab ich Fernsehen einfach sehr genossen. Die haben mich abgefuckt. Deswegen wird sich bei mir auch alles übel tummeln. Das ist bei mir eine eindeutige A-Serie. Weil die so scheiße waren. Weiter geht's. Wie ne Maya? Wie ne Maya hat mich abgefuckt. Dieser scheiß Willi hat mich mega abgefuckt. Die ganze Truppe, ich fand alle scheiße aus der Truppe. Aber weil es so eine Legenden-Serie ist, weil es so eine Legenden-Serie ist und so einen derben Intro-Song hat, den man niemals vergessen wird, kämpft es sich von D raus auf C. Bei mir ist es tatsächlich auf S. Ich fand Wie ne Maya. Wie ist es so abgefuckt? Okay, hab ich nicht geschaut. So hatte sie so einen scheiß Freund. Wie ne Maya hätte eine viel geilere Serie sein können, wenn dieser Drecks Willi nicht dabei gewesen wäre. Wieso ist der nach der zweiten Folge nicht rausgeflogen? Haben das die Kinder von damals gefeiert, so einen Loser immer dabei zu haben? Das nächste... Das sagt mir irgendwas. Wie heißt das? Wie heißt das hier? Oh, warte, warte, warte. Ist das... Das sagt mir, das kenn ich. Den Typen, den kenn ich mit seinem Riesenkreuz und seinen Riesenarm. Den kenn ich ganz, ganz doll. Drachengäger. Doch, äh, war ich auch schon zu alt, hatte mein Bruder aber geschaut und einige Folgen davon waren ziemlich geil. Deswegen packe ich das auf B. Ja, das war insane. Jetzt erinnere ich mich nicht wieder. Das war mit diesen hässlichen Drachen. Gegengegner, so. Das waren richtig geile Folgen dazu. Uh, Gummibärenbande. Gummibärenbande. Äh, war legendär. Kommt bei mir zuerst. War insane heftig. Habe ich auch so viel geschaut. Ich kann es aber nicht auf einer Ebene mit, äh, mit Avatar und, äh, Chinchen. Ich schon, Gummibärenbande schon. Echt? Ich glaube, das ist eine der Serien, die ich am meisten geschaut habe, tatsächlich vielleicht. Ich habe auch echt viel geschaut. Die waren... Ich glaube, ich war genau im Sweetspot. Ich war genau im richtigen Alter für Gummibärenbande, als ich das geschaut habe. Das hat mich so abgeholt. Die haben sich so die Bären reingepfiffen und waren alle high und konnten fliegen. Jeder will immer, dass alles in S-Plus landet. Du kannst nicht alles in S-Plus landet. Ja, ja, genau. Das ist nichts mehr wert. Also, S-Plus ist nichts mehr wert, wenn du alles in S-Plus tust. Ja, allein das Intro. Ja, das Intro ist genial. Gummibärenhüpfen. Gummibären ist zu stark. Gummibären ist zu stark. Oh, das nächste ist Legend of Korra. Genau. Bär. Ist auch geil, weil es Avatar ist, Alter. Ich gebe es trotzdem eine A. Echt? Aber es war halt schon nicht so geil. Es war halt Standard. Nee, da gab es auch schon Autos und sowas, ne? Ja. Aber Avatar an sich ist so mächtig geil, Alter. Die haben auch angefangen ... Man kann einfach Elemente bändigen. Das ist doch so geil. Die Schlümpfe. Die haben mich so abgefuckt. Ich habe sie gehasst. Ich habe Gagamil viel mehr gefeiert, als die scheiße Schlümpfe. Ja, ich wollte mal, dass Gagamil die Schlümpfe endlich tötet und sie geschafft. Ja, ich habe auch gedacht. Der hat sie tausend Folgen angegriffen und hat nie einen Schlumpf getötet. Ja, genau so habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, wann erwischt er endlich mal einen? Kann er jetzt nicht mal einen Schlumpf töten? Er hat sie ja mal gefangen genommen, weißt du? Ja, warum hat er die mal gefangen? Ja, wieso kann er nicht mal fünf gefangen nehmen und dann mal einen davon wenigstens töten, um sich zu rächen? Vor allem, er ist viel größer. Er hat sie in einem Käfig, er hat da ein Messer und so drum liegen. Er hätte einfach in den Käfig stechen können für diese scheiß Schlümpfe. Die habe ich richtig D. C. Echt? Ich würde es D packen, aber es ist zu legendär. Es geht nicht. Ohne die Schlümpfe wäre die Welt eine andere. Der hätte einfach mal mit dem Messer so durch die Stäbe stechen müssen. Ja. Der hätte auch Zaubertränk und sowas. Das hätte sie einfach vergiften können. Mann, das ist so eine nervige Scheiße. Die Sendung mit der Maus. Absolut S. Plus oder S? Ich pack's in S. Wenn ich's in S pack, muss ich Sachen aus S wieder auf A tun. Das ist halt das Problem. Weil die Sendung mit der Maus war halt absolut der, und ich hab sie immer geschaut, deswegen kommt sie auf S. Plus. Simpsons fand ich nie so unendlich geil. So, jetzt hab ich's gesagt. Family Guy, die Folgen früher waren nicht so nice. Ab Staffel 12 wurde's immer geiler. Kamen schon teilweise die neuesten Simpsons-Folgen, kommen schon vielleicht sogar fast an Family Guy ran. Das ist schon top, top, top Humor mit nem krassen Team. Bin jetzt echt am Struggle, ob S plus oder S. Kommt bei mir nur A. Was soll ich sagen? War witzig, war cool, aber ... Nee, ich muss es ... Ah, scheiße, scheiße. Ja, ich muss es in S plus packen. Ja, muss ich jetzt in S plus packen. Oh, das andere Digimon kommt auch in S plus. Ich hab da so viel gefühlt bei Digimon. Vor allem da sind auch wirklich ... Das ist noch der Standard-Digimon, das erste, ne? Ich glaub, das zweite ist da schon ein Digimon. Das zweite ist da schon ein Digimon? Okay, das Nächstes. Oh, die waren so krass. Die Dinos waren heftig. Die Dinos waren so krass. Er sagt aber nicht die Mama und hat dann einfach seinen Vater erstochen oder so'n Scheiß. Das war geil. Das war sick. Da gab's so weirde Dinos einfach. Aber war ein bisschen unheimlich. Ich dachte, ich war in den ersten Folgen zu jung. Und das Intro. Händest du noch als Intro? So ein bisschen. Das war auch ganz creepy. Das war immer in dem Wald, gell, wie das so durch den Wald gepannt ist. Ja, 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 ja. War sehr creepy. Hatte auch Angst davor, ja. Oh, aber es ist S+. Es war so OG. Das war das erste Mal ... Ja, scheiß noch, weil der S+. Alles ist das Plus für mich. Es ist alles ... Alles davon ... Nur S. Ja, es ist besser als die anderen Sachen. Die Dinos war auch schon heftig. Ich pack's in S, aber es ist das Beste aus dem S. Hast du Gravity Falls gesehen? Nee. Und dann tust du mir richtig leid. Das hab ich erst mit 22 angeschaut, aber das ist mit einer der besten Serien, die ich geschaut hab. Okay. Gravity Falls is motherfucking sick. S+. Alright. Nicht geschaut. Als nächstes, Disney große Pause. S+. Auch S+, scheiße. S+, definitiv. Das war so heftig, Digga. Die Serie war auch so heftig. So heftige ... So eine heftige Serie. Fuck. Hotel Zack & Cody fand ich sehr witzig, aber ... Wo bist du, hä? Hä, ich hab jetzt das große Pause ... Ja, das ist Hotel Zack & Cody. Aber da kommt doch nochmal Zack & Cody. Hä? Rechts. Vier weiter rechts kommt nochmal Zack & Cody. Ah. Ah, es gab ja die eine Serie auf dem Schiff noch, oder? Zack & Cody fand ich richtig scheiße. Ich pack beide Zack & Codys auf D. Ich hab die gehasst. Echt? Ich hab die gehasst. Ich fand, sie waren Standard Shit. Ich fand die so scheiße. Hast du beide Zack & Cody? Was machen die heutzutage eigentlich, Zack & Cody? Die sind extrem, äh, die sind extrem erfolgreich. Okay, weiter geht's. Was ist das? Ihr kennt's nicht. Ähm, die kleinen Einsteins. Das hat meine kleine Schwester noch getraut. Wir haben abgefuckt D. Die sind von A nach B geflogen. Und ich fand's nicht ... Also ich fand's schon nervig, aber C. Ich fand's nicht so scheiße wie das andere. Weil die haben mir immer Musik gemacht. Die haben mir Musik beigebracht. Als nächstes Finjas & Ferb. Fand ich auch immer so. Ich hasse es immer, wenn die nicht erwischt werden. Weißt du, was ich mein? Dasselbe Problem wie mit den Schlümpfen. Ich hab denen irgendwie immer gegönnt, dass sie mal auffliegen. Ich war da auch schon zu alt. Lief trotzdem bei meinem Bruder. Fand ich nicht geil. Ist ein D. Das ist für mich leider auch nur B. Standard-Shit, weil die nicht auffliegen. Auch nur, weil's Legenden ... Da muss dann aber auch Schlümpfe hin. Finjas & Ferb und Schlümpfe ist bei mir ... Ja, ich würd's sogar fast auch von D rausnehmen und zu nicht geschaut packen, weil ich's ... Ich hab wirklich vielleicht noch fünf Folgen geschaut. Ich glaub, wenn ich's bei D packe, sind zu viele Leute sauer. Die Folgen nicht gesehen hab, wenn ich's D packen, aber ich hab's zu wenig geschaut, deswegen packe ich's denen nicht geschaut. Ja, in meinem Chat sind auch alle sauer. Die so ist plus, ist plus, pass, Finjas, Ferb, ist plus. Nein. Ist plus, ist plus, ich bin ... Nächstes, nächstes, nächstes. Da hab ich nicht geschaut, das sind irgendwelche Skaterboys. Doch, doch, das kennt man. Ja, aber hab ich nicht genau genug geschaut. Heißt die eigentlich Tisch? Ey, wenn die eine, wenn die in Violett Tisch heißt, dann bin ich der Heftigste. Ja, heißt sie. Die Wochenend-Kids. Ja, die heißt Tisch. Wie krass von mir ist das, Romatra. Äh, fand ich aber C, packe ich in C. Nicht geschaut. Die Zauberung von Baby-Base fand ich mega scheiße D. Nicht geschaut. Und wenn ich's geschaut hätte, würde ich's in D packen. Hier, die Dora fand ich auch immer super nervig. Dora fand ich scheiße, aber genau das gleiche Problem. Mein Bruder hat das irgendwie geschaut, war acht, ich war zwölf, und denkt mir, was labert die? Weißt du? Dann sagt sie mir, 35 mal aneinander, dass Backpack-Rucksack ist. Ja, oh mein Gott. Oh Gott, Alter. Und es passiert keine Handlung, Alter. Aber hey, du wirst für den Rest des Lebens süßen, dass Backpack-Rucksack heißt. Weißt du, ich mein, das hat schon funktioniert. Swiper, nicht klauen. Oh mein Gott. Oh Gott, fuck. Halt die Schnauze, Dora. Ich hätte wegen der Serie fast das Ranking abgebrochen. So, Dragon Ball kommt leider komplett in S+. Welches Dragon Ball ist das? Das andere Dragon Ball, ist mir scheißegal, welches Dragon Ball. Und das Dragon Ball. Dragon Ball, S+, Dragon Ball, S+, Dragon Ball, S+. Dragon Ball ging immer bis 17 Uhr. Aber ich hatte 17 Uhr auch immer Trainingsbeginn. Ich hatte es nicht weit bis zum Training. Aber ich kam immer wegen Dragon Ball. Ich kam einfach sechs Jahre zu spät zum Fußballtraining wegen Dragon Ball. Und alle wussten es, dass ich deswegen zu spät komme. Aber am Anfang musste man immer sich so ein paar Runden warm laufen, so irgendwie so sechs Runden. Kam dann immer dazu, musste nur eine laufen. Und dann konnte ich ins Training starten. Und konnte anstatt dumm Runden zu laufen, noch weiter Dragon Ball gucken. Okay, nächstes. Drake & Josh. Fand ich scheiße. Hatten die irgendeine kleine Schwester oder irgendwas, das genervt hat? Ja, die hatten eine kleine nervige Schwester. Ja, fucked up. Aber Drake & Josh, zu Legenden. Ah, das sind Legenden. Das sind Legenden. Ich würde es fast in... Ja, ich packe es dann in B. DuckTales ist auch unglaublich gut. Auch das Intro. Wieso waren die Intros damals alle so geil? Ich kann mich an jedes Intro noch erinnern. Ich könnte es komplett auswendig singen. Packe ich in S, DuckTales. Family Guy. Kommt bei mir nur auf A tatsächlich. Was? Ja? Family Guy, die neuesten Folgen. Die neuesten Folgen. Du hast die neuesten Folgen Family Guy nicht. Ich glaube, ohne Witz, du könntest dadurch, glaube ich, die Twitch-Partnerschaft verlieren. Ich glaube, es gibt keinen Streamer, der nicht Family Guy geschaut hat. Fand es immer zu... Das ist das Fundament von jedem ultimativ weirden Random-Humor. Ey, schau mal, die neuesten... Ich glaube, die neuesten muss man sich, glaube ich, kaufen. Ich kauf dir die. Und du schaust sie, okay? Okay. Ohne Witz, du musst das schauen. Danach bist du einfach ein besserer Streamer. Verstehst du? Was soll ich sagen? Detektiv-Filmer, unglaublich geil. Kommt bei mir direkt nachher. Einfach Family Guy so... Das ist fertig. Es gibt... Hab ich nie gefühlt, was soll ich... Von all den Serien, die ich jetzt heute Abend schauen würde nach dem Stream, wäre Family Guy auf Platz 1, wenn sie die neue Folge rausbringen würden. Echt? Ja, definitely yes. Das ist ne gute Frage. Welche... Wenn jede Serie hier bringt eine Folge raus, ne neue... Welche Schaus sollst du das an? Ich würde wahrscheinlich... Family Guy. Oder Avatar, weil es halt so OG ist, aber... Ich würde tatsächlich Gravity Falls schauen. Was? Ja. Okay. Weiter geht's, Filmo. Geiler Typ. Ja, Avatar ist ja fertig, so. Avatar kommt nicht noch ne Folge. Ja, ja. Das stimmt. Also deswegen hab ich Avatar da rausgelassen. Filmo packe ich auf A oder S. Ja, ich muss es auf S packen nur. Ja, auf A mein ich, sorry. A. Und ich muss sie dann nur mit der Maus auch runterstufen. Nächstes. Fingertipps. Fand ich immer nervig irgendwie. Fingertipps fand ich nervig. War wie Art Attack... Nur nervig. War wie Art Attack... Ich hab da mal was von gebaut. Ich hab da von mal was gebaut. Ja, es war halt genau richtig. Wie Art Attack, nur machbar irgendwie. Meine Eltern waren stinksauer. Ich hab so ne... Ich hab einfach nen scheiß Teich bei mir im Garten gebaut. Aber ich musste das... Ich musste das hinter den Busch bauen, wo man das von der Küche nicht gesehen hat. Ich hab so nen kleinen Teich. Und dann bin ich ins Moor und hab Frösche und Möche gefangen. Und sie da reingesetzt. Hatte sogar Frischwasser zuvor. Übelste Wasserverschwindung. Ich hab da übelst... Ich hab einfach nen scheiß Teich gebaut, weil sie hatten mal nen Teich in der Sendung. Das hab ich einfach nachgebaut. War ich da 15? War ausgezeichnet, aber... Aber nicht... Nicht besser. Ich musste in den B geben, weil ich durch die einfach nen scheiß Teich gebaut hab. Also wenn ne Serie einen dazu bringt, loszulaufen und nen scheiß Teich zu kommen mit nem Fahrrad... Ja. Ja, ist schon so. Weil wenn du nen Teich baust mit nem Fahrrad, du musst ja auch schon Steine für den Boden und das riesige Bottich-Ding und dann nen Schlauch verlegen unter der Erde und so nen... Holy Shit, Gräser kaufen. Warum macht man sowas? Übel krass. Heutzutage macht das keiner. Heutzutage cranken nur noch alle die 90s. Die Space-Bruhier. Wollte immer so sein wie Simpsons. Ist, glaub ich, der gleiche Macher, gleicher Zeichner, aber... Fand ich besser als Simpsons. Fand ich aber sehr geil. Ja, A ist gut, A ist gut. Als nächstes... Da fehlt. Hab ich nie geschaut. Fette Katze, frisst nur Lasagne. Fand ich jetzt, hab mich auch nicht so gecatcht. Packe ich in C. Und jetzt... Den fand ich cool. Wie heißt das? Ich weiß es nicht, aber an den kann ich mich auch noch ganz doll erinnern, wie der einfach immer durch den Dschungel geschwungen ist und alles mögliche. Der einfach die ganze Zeit auch scheiße gemacht hat. Den fand ich eigentlich auch super cool. George aus dem Dschungel. Nach A. Nicht geschaut. Als nächstes. Goofy und Max. Hatte sehr viele lehrreiche Momente auf jeden Fall. Oh, der Intro-Song. Oh, der Intro-Song. Das war genau auch zu meinem... Da, wo ich halt am meisten Fernsehen geguckt hab. Das hat mich schon... Ich muss das in S packen. Auch wenn das wahrscheinlich viele nicht teilen werden mit mir. Ich werd das in A packen. Besser als der Standard-Shit. Weil so geil, so gefühlt hab ich's nicht. Hannah Montana. Mega, 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 mega scheiße D. Ich finde, wir sollten noch was noch beschisseneres als für Hannah Montana haben. Weißt du was? Für mich kommt das in C rein. Und ich pack auch die Zauberer von Railway Place auch in C. Weil dann ist C quasi meine scheiß Real-Life-Spalte. Weißt du, was ich mein? Alles, was so scheiße in Railway war. Big-Time-Rush. Hannah Montana. Zauberer von Railway Place. Da tue ich das hier auch noch mit rein, wo ich's nicht gesehen hab. Und das Haus Anobis kommt da auch mit rein. So eine Scheiße. Hey, Arnold. Ja. Alter, gut, dass ich das weiß. Oh, war irgendwie auch ein bisschen weird immer. Aber hat auch ein bisschen unterhalten. Nicht genug geschaut, um zu bewerten. Packe ich in C mit Tendenz zu B. Hotel 13 auch nicht geschaut. Nicht geschaut. Was ist das? Weiß ich nicht. Das ist Hunter. Oh, warte, ist das das mit diesem grünen springenden Teil? Ich hab's, Huntig. Huntig, tatsächlich nie geschaut. 2009 Fantasy. Gar nicht geschaut. Weg damit. Ich auch nicht. Sagt mir leider absolut nothing. Ich hab noch ein paar Serien im Kopf, wo ich überhaupt nicht weiß, wie sie heißen. Aikali? Ach, fand ich richtig scheiße. D. Wie Hannah Montana. Beides gleich scheiße. Ja. Aikali war genial. Nee, wie hieß der Freund von dir? Und dieser weirde alte Typ, der da auch immer mit denen abgehangen hat. Das waren irgendwie alles so 15-jährige Kinder und dann hing da irgendwie so ein 21-Jähriger ab. Übelst der Lappen. Nein, das war ich großer Bruder. What the fuck? Was chillt der denn einfach mit denen? Wo waren die Eltern? Und der Freund hat total genervt. Der war die ganze Zeit... So hängt das konserviert in S. Weil Aikali eigentlich schon geil war. Die haben ihre eigene Webshow gemacht. Und die ganze Zeit... Und waren übel im Webshow-Business drin. Das war ihr Bruder. Das macht der noch weird. Hat er die ganze Zeit mit ihr geflirtet? Nee, man. Auch ihre Freundin. Ihre blondhaarige Freundin hat auch immer... Nee, und es waren alle... Ich glaub, alle fünf Charaktere waren die scheiße. Damals, als ich's gesehen hab, sehr hot, ihre blonde Freundin, muss ich sagen. Was? Damals war ich auch 15 oder so, als ich's gesehen hab. Und deswegen fand ich's nicht scheiße. Das ist wahrscheinlich der Grund. Das nächste in einem Land vor unserer Zeit mit Littlefoot, Spike, Zera, Petri und Chomper. Holy Shit. Ich hab alle... Ich hab alle Teile auf, ähm... Wie heißt das noch? Ist definitiv S+. Äh, ich hab alle Teile auf, ähm... Wie hieß diese riesigen... Riesigen Plastikdinger, die man da so reinschiebt. VHS. Hier schreibt einer DVD, oh Gott. Das... Kein... Also... VHS. Was du auch am Ende zurückspulen musstest, ne? Ja, ja. Ich hab alle Teile auf VHS. Road to 3, 1, S+. Was soll ich machen? Petri konnte fliegen, aber nie so krass. Er war eigentlich... Er hätte super viele Probleme lesen können, wenn er krasser fliegen. Könnte. Aber ist nicht so gerissen. Spike hat nie geredet. Zera war immer sauer. Littlefoot war der einzige Down to Earth. Und Chomper konnte auch nicht reden. Und war halt ein Schafzahn, ne? Aber noch als Baby. Geile Serie. Geile Serie. Holy Shit. Ich kenn alle Folgen noch auswendig. Äh... Jimmy Neutron. Jimmy Neutron auch absolut... Fand ich auch so weird gezeichnet. So der Style war blöd. Aber die Story an sich war immer nice. Ja, du bist auch Raketenwissenschaftler. Natürlich feierst du das. Du bist so ein richtiger Wannabe, Jimmy Neutron. Das war so richtig... Äh, ich packe es in B. Okay. Oh. Das nächste sind die Superkickers, ne? Auch, also auch in S+. Was soll ich machen? Man, der S+. Muss S+. Ich wollte am Anfang nicht so viel in S+. Machen, aber die Superkickers... Nur mit dem Tiger-Schuss und so'n Scheiß, ne? Ja, und die Shit, die haben... Barsau-Sora. Okay, Kim Possible mit Ron Stoppable. Hatten teilweise richtig sicke, krasse Folgen. Kim Possible war unglaublich gut. Kim Possible war echt gut. S. S+, oder S? Ich packe es auch in S. Nur die anderen waren heftiger. Kung-Fu-Panda. Für mich zählt es für mich jetzt nicht als Kinderserie. Waren gute Filme. War ich schon zu alt auch. Ich packe es dann in... Ja, die Filme waren schon sehr gut. Ja, ich packe es in A. Wer es früher rausgekommen, hätte es wahrscheinlich noch höher geschafft. Aber war nicht mehr in meine Zeit. Uh, jetzt das. Wie heißt das denn? Königreich von einem Lama oder so'n Scheiß? Königreich für einen Lama. Aber ja. Ah, übel gut von mir. Der Typ war voll arrogant und der Lutscher. Ja. Und dann hat er... Um Down to Earth zu machen, wurde er zu einem Lama verwandelt. Und dann hat er es geschafft. Und dann war irgendwie alles... Hm. Nee, eigentlich wollten sie ihn ja umbringen. Aber sie haben ihn ja nur zu einem Lama gemacht. Und dadurch hat er dann gelernt, mehr Down to Earth zu sein. Habe ich so gefühlt. Ich packe es in A. Lazy Town habe ich... Lazy Town. D, D, D. Ja. So eine Scheiße. So eine weirde Scheiße. Da sind wirklich alle verblödet. Hm. Die Welt wäre eine bessere ohne Lazy Town. Das ist bisher... Das ist bisher die schädlichste Kinderserie hier in der ganzen Liste. Mit Sportakuss, Alter. Jedes Mal, wenn er ins Bild kommt, macht er einen dreifachen Flickschlag und rückwärts. Wer hat das produziert? Nee, verstehe ich auch nicht. Elon Stitch fand ich sehr stark. Weil jede Folge... Ja. Also fand ich sogar richtig stark. Weil jedes Alien hatte irgendwie eine andere Fähigkeit. Hm. Und ich war jede Folge einmalig und einzigartig. Locker. Also, ich fand's richtig gut sogar. Oder besser als S, weil es halt besser als die anderen Sachen in S ist. Ich würd's sogar faszinieren. Ich fand's richtig, richtig, richtig gut. Ich fand Aliens immer geil. Und jede Folge gab's eine andere, ey. Das war echt geil. Also, das packe ich jetzt in S+. Sehen wahrscheinlich viele nicht so. Aber ich fand's wirklich gut. Lucky Luke. Das, find ich, war so eine geile Serie. Auch mit den Daltons einfach. Mit den scheiß Daltons. Ich pack's in B. Hat mich nicht so gecatcht immer. Ich fand den immer so... Echt? Der war zu... Lucky Luke war zu... Zu perfekt. Ja. Ja, zu perfekt. Gut gesagt, oder? Masopilami, Alter. Masopilami ist so gut gewesen, ne? Ja, Masopilami war richtig geil. Das hatte einfach so einen absolut krassen, langfunktionalen Schwanz, mit dem jedes Problem lösen konntest. Das war auch... Das konnte auch doch auf dem Schwanz springen und alles, ne? Ja, ja. Das hat immer so Federn gemacht oder so einen Haken. Das konnte alles. Oder ein Hammer oder sowas. Das konnte alles machen mit dem Schwanz. Alles. Das war schon irgendwie gut. Aber ja, ich pack's tatsächlich. Ich tue's in S. Weißt du was? Ich auch. Monster Rancher. Oh, das ist die, die ich gemeinte. Ja. Genau, mit diesem riesen Auge, was die ganze Zeit springen kann. Das meinte ich. Die war auch super... Das war geil. Weil da sind zum ersten Mal wirklich Leute einfach am laufenden Band gestorben. Allein im Intro siehst du ein riesiges, riesiges Feld voller Monsterleichen. Das war sick. Das kriegt ein S+. Oh mein Gott. Naruto auch. Also wenn du das nicht sofort in den S+. Packst, dann hau ich dir am 5. Ich fand auch Naruto den Charakter immer so scheiße. Für Miki. Ich fand auch alle Charaktere scheiße. Ich weiß, weil das ist eine super legendäre Serie. Weil das alle extrem feiern. Ich würd's bei... Ich würd's selber vom wie gut ich es finde in D packen. Aber ich weiß, wie legendär Naruto ist. Und dass es diesen Legendenstatus erreicht hat, muss ich es in S+. packen. Das ist zwar meine Meinung. Ich feiere die Serie nicht. Ich habe es als Kind nicht gefeiert. Ich feiere sie jetzt nicht. Ich fand es nie geil. Aber dass es eine Serie geschafft hat, so einen unendlichen Legendenstatus zu erreichen, dass das von so wahnsinnig vielen Leuten daraus die Lieblingsserie ist, muss ich sie in S+. packen. Obwohl ich sie selbst nicht gefeiert habe. Als nächstes guckt die... Oggie und die Kakerlaken. Oggie, glaub ich, ja, oder? Oggie? Oggie und die Kakerlaken, ja. War echt giga-trash, aber ich fand's irgendwie geil. So geil. Also Oggie und die Kakerlaken fand ich so witzig. Die Kakerlaken haben ihn so abgefuckt. Ja, ja, die Kakerlaken haben wir einfach die ganze Zeit abgefuckt. Und er wollte eigentlich nur chillen, weißt du? Er wollte einfach nur sein Buch lesen oder Fernsehen gucken und die Kakerlaken kamen. Die wollten nicht einfach nur sein S-Namen, die wollten ihn einfach nur abfucken. Dumm, ich packe es in... A oder S, A oder S, A oder S, A oder S, A. Aber ein sehr, sehr gutes A. Das nächste, fuck mich so ab. Das war doch die YouTube-Kacke da. Ja, ja. Ja, jeder Schwanz kann was, außer dein Schwanz kann nichts. Irgendwie sowas, ne? D, ja, ist mega aggressiv. Okay, jetzt die vier Pinguine aus Madagaskar. Die hab ich so gefühlt. Du bist halt auch... Wie viele Jahre jünger bist du als ich? Eineinhalb. Aber keine Scheiße, wie alt bist du jetzt? 22, du bist jetzt 26. Du bist nur anderthalb Jahre jünger als ich, hä? Richtig, ja. Okay, Pinguine aus Madagaskar. Hab ich ein S gepackt. Die fand ich, die witzig fand. Die haben auch immer nur Leute abgefuckt. B. Die einzige Aufgabe war nur Leute abfucken. B. Uh. Der hat Legendstatus. Der war sick. Der war auch cool einfach. Der war cool. Das war... Der wusste, dass er cool war und war trotzdem noch cool. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, sehr schwierig. Aber er hat's gerockt. Genau. Viele Leute denken, sie sind cool und sind dann richtig uncool. Dadurch, dass sie Rubien cool sind. Aber er war einfach cool und wusste aber auch, dass er cool ist. Was ihn halt automatisch S plus macht. Pokémon normal? Ja, steht nur Pokémon. Ab damit in S plus. Hab ich 28 Folgen geschaut, der ersten Staffel wieder, ne? Mhm. Powerpuff Girls. Auch unglaublich cool. Das war ziemlich cool immer, ja. Das war ziemlich nice. Ich pack's in A. Ich pack's tatsächlich auch in S. Ja, die Powerpuff Girls waren überraschend gut. Die waren cool, ja, ja. Auch der Professor war so cool. Ja. Der sie einfach zusammen gemixt hat. Ja, ja, ja. Scheiße, ja. Powerpuff Girls. Eigentlich auch so ein Trash. Irgendwie nice. Oh. Oh. Ja. Nicht sagen, wie's heißt. Ja, sag ich nicht. Nee, ich komm nicht drauf. Oh, Sailor Moon. Sailor Moon. Hätt ich drauf kommen können. Fand ich irgendwie sick. War sick. Wenn ich das jetzt... Ey. Okay, nächstes Schloss Einstein. Ich fand ich mega beschissen. Eigentlich musstest du den... Eigentlich müsstest du den anderen... Jetzt musst du gleich weiterreden. Okay, weiter geht's. Scooby-Doo. War immer so auf Geisterjagd, immer so? Legendär. Ist schon geil, ey. Nee, ist S bei mir. Ist S, A oder S, A oder S. Ich pack's, glaub ich, in S. War schon geil. Als nächstes. Das ist die Sesamstraße, ne? Fand ich auch irgendwie... Ich mag so Puppen gar nicht, Alter. Ist so legendär. Ich pack's in B. Ich darf die Sesamstraße nicht unter B packen. Ich fand's nicht so nice. Motherfucking Sonic. Mir auch nicht so akkult. Der war einfach nur schnell. Packe ich in C. South Park absolut ist plus, sofort. Ganz doll. Ja. Es ist, glaub ich, von der Komplexität des Humors hier die beste Serie. Family Guy ist in der Ecke stumpf, aber kommt da auch knapp ran. Aber South Park ist wirklich... Da hab ich von denjenigen, die das Drehbuch schreiben, am meisten Respekt. Also, was South Park da reißt... Ich glaub, man muss die neueste auch wieder kaufen auf Amazon Prime. Die ist auch nur auf Englisch oder sowas. Aber, Digga, ist das heftig. Den muss man ganz, ganz doll... Äh, Preise. Die müssen ganz viele Preise gewinnen. Die müssen... Die müssen noch zusätzlich Geld dafür bekommen, neben dem, was sie durch diese Serie verdienen. Weil es so heftig ist. Spongebob. Spongebob. Leider auch S+. Hab ich so viel geschaut. Also, ich glaub, ich hab... Also, von den OG-Spongebob-Folgen kenn ich jede. Auswendig, wahrscheinlich. Auch sehr viel geschaut, weil du musstest es schauen. Es lief halt abends zur Primetime. Mein Bruder hat's auch sehr gefeiert. War's halt auch ein bisschen zu alt. Also, Spongebob an sich ist schon sehr heftig. Aber ich wurde auch manchmal ein bisschen sauer. Was hat... Unterhalten... Ich bin... Ich bin zwischen S und D. Weißt du, was ich meine? Ich pack's in A. Jetzt hast du mir Takeshi's Castle absolut S+. Takeshi's Castle, ja doch. Das war schon richtig asozial. Die Leute haben sich richtig verletzt da. Ja, ja, richtig. Und dann von riesigen Bällen abgeschotten. Aber es war aber auch zu... Es war nicht so krass produziert. Ich muss es in S packen. Weil S plus ist zu stark. Ich kann's nicht mit South Park, Avatar und Dragon Ball. Und es geht nicht. Ninja Turtles? Lass mal das gesamte Franchise bewerten. Und nicht nur die animierte Serie. Ninja Turtles insgesamt ist schon strong. Schon sehr geil, oder? Ich pack's in A. Teletubbies, Alter. Meine Scheiße, Alter. Den muss auch noch was nicht... Ich bin hin und her gerissen, Alter. Nee, das ist wirklich dumm, einfach. Teletubbies hab mich irgendwie immer sehr gefühlt. Muss ich sagen. Ey, hier fehlen Serie. Wo ist Rick and Morty? Wo ist Caillou? Wo ist... Thomas die Lokomotive? Den fand ich nervig. Ich fand's weird animiert mit den Gesichtern auf der Bahn und die Story und so. Und ich feier auch Bahn nicht. Also so Bahn-Stories sind halt nicht so spannend für mich jetzt, ne? Oh nein, hier ist ein Baum. Auf die Schienen gefallen. Ich pack's in C. Timon und Pumper legendär. Timon und Pumper heftig. Ja, Timon und Pumper war richtig geil. Leider auch in S+. Ja, ich pack's nur in S bei mir. Tom und Jerry? Hat auch Legenden-Status, aber ich fand's immer nervig, dass er verloren hat. Aber er musste halt verlieren. Weißt du, ich meine, Stell der Folge ist die einfach auf, dann ist halt die Serie vorbei und alle heulen. Deswegen musste er verlieren, aber ich fand's immer nervig, wie er verloren hat. Deswegen kriegt's von mir nur eine A. Ist auch eine absolut legendäre Serie, hat mich jetzt nicht so sehr gecatcht. Ich geb's eine A. Oh, die kenn ich auch. Wie hieß das? Totally Spice? Totally Spice, das war legendär. Kommt auch definitiv für mich in S. War das nicht so Drei Engel für Charlie-mäßig? Ja, das war Drei Engel für Charlie, genau. Aber Totally Spice auch. Definitiv insanely OG. Ich geb's ein B. Typisch Andy. Da bin ich hin und hergerissen. Manche Streiche waren schon sick. Ja, manche Streiche waren sick. Ich pack ihn auch in A. Oh, Weihnachts-Wand und KUKA-G. Ja, Weihnachts-Wand und KUKA-G, scheiße. Oh, ist schon böse. Ah, S-Plus. Wir sind nur die heftigsten S-Plus. Ich muss es in S packen, aber es ist ein S-Halbes-Plus. Oder ein S-Plus-Minus. Nee, es ist bei S. Ich kann's nicht mit einem Lassungs-G. Land vor unserer Zeit und Dragon Ball und Avatar zusammenpacken. Obwohl es richtig heftig war. Okay, Vicky. Vicky und die starken Männer. Loser, ich hab's ja erst gehabt. Hast du das im Städt gelesen, du Vicky? Nee, hab ich nicht, hab ich nicht. Ich wusste, dass du das sagst. Ich hab auch gar nicht. Aber es ist bloß definitiv. Fand ich witzig. Fand ich immer witzig, wie sie sich die Nase gerieben hat und eine geile Idee hatte. Du warst zu klischee, aber immer so, oh nein, jetzt kommen wir nicht weiter. Ich wollte immer richtig eine Schlacht sehen und einen Krieg von den Wikigern. Das war immer so, das war halt eine Kinderserie. Und ich war da, glaube ich, auch schon zu alt. Deswegen packe ich es in A. Winnie-Pooh. Der war mir immer ein bisschen zu lasch. Ja, der war, ja, same. Der war nicht so ehrgeizig. Ich weiß gar nicht, was sein Ziel überhaupt war. Der wollte einfach nur Honig fressen und chillen. Ist natürlich auch Legende, klar. Also Winnie-Pooh. Kannst du mir sagen, dass du mehr als 20 Folgen Winnie-Pooh geschaut hast? Ja, 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 ja. Echt? Ich nicht. Ja, ja, safe, safe, safe. Ich packe es dann in B, weil das auch zu legendär ist. Aber ich habe es nie so gefeiert. Yu-Gi-Oh! GX. Das normale Yu-Gi-Oh! ja. Haben wir noch gar nicht Yu-Gi-Oh! um? Nee, ne? Das war, okay, Yu-Gi-Oh! und Yu-Gi-Oh! GX. Wo packe ich Yu-Gi-Oh! GX hin? Ich muss mal ganz kurz nochmal googeln hier. Ich packe es dann in B. Zoe 101, weil ich fand es immer richtig scheiße. D. Nochmal ein chilliger D-Abschluss. Zoe 101. Die haben auch alle so genervt. Die sind alle sehr ähnlich, ne? Hanna Montana, Aikali. Ja, ja. Ich weiß das nicht. Dings. Zoe 101. Zack & Cody. Hotel Zack & Cody. House of Anubis. Das sind sehr ähnliche alle. Die sind alle so beieinander. Krass. Das war's. Das war's. Okay, was ist deine Lieblings-S-Plus-Serie, die du hast? Oh. Die ich heute nochmal schauen würde oder die ich niemals als Kind missen wollen würde. Zweiteres. Bei welcher Serie sagst du? Ich bin extrem froh, dass ich sie damals gesehen habe. Auch wenn du sie jetzt nicht mehr gut finden würdest, wo du sagen musst, hey, damals hab ich sie so gefühlt und so gefeiert, dass ich extrem dankbar dafür bin, was mir die Serie damals gegeben hat. Weißt du, du weißt, wie ich mein, oder? Ich weiß, was du meinst. Ich glaub, dann ist es Avatar, glaub ich. Dann ist es Avatar? Okay, krass. Ich glaube, das war so, das war so meine erste Serie, wo ich wirklich jeden Teil chronologisch geschaut habe, weil's immer einmal die Woche kam. Das war immer ein Riesen-Highlight. Das war schon heftig. Aber auch in einem Land von unserer Zeit, alles auf VHS, alles 20 Mal geschaut, da war ich halt deutlich jünger. Auch ultraheftig. Genauso wie Dragon Ball, wo ich immer zu spät zum Training kam. Yu-Gi-Oh, auch genau so heftig. Die S-Plus-Dinger sind schon ziemlich geil. Ja, das sind alles Banger-Serien. Aber die Serien, die ich jetzt heutzutage am Abstand am besten finde, weil die auch schön gereift sind in der Zeit, sind halt South Park und Family Guy. Wo ist Rick & Morty? Holy shit! Ja, wenn Rick & Morty noch in der Liste wäre, wäre Platz 1 hier raus, was ich heutzutage noch schauen will, Rick & Morty. Platz 2 teilen sich, glaube ich, Family Guy am South Park. Ja, gut. Ey, aber die Liste ist gut. Wo kann ich die posten? Auf Twitter. Kommt immer gut an. Ja, alle sind so sauer. Hier meine Lieblings-Kinderserien, um euch alle da draußen aggressiv zu machen. Smiley. Gut, twittern. Ich bin so ein Influencer. Ich hab live im Stream getweetet. So, das war die Liste. Äh, schreibt eure Meinung zu dem Ganzen sehr gerne in die Kommentare. Was hättet ihr auf S-Plus gepackt? Was hab ich auf S-Plus, was ihr richtig scheiße fandet? Äh, werdet nicht zu aggressiv. Das Ganze dient nur der Unterhaltung. Wir teilen das für ihn nicht alle die gleiche Meinung. Welche T-Listen sollen wir noch machen? Also, welche Sachen kommen auf dem Try-React-Kanal? Und da würde ich sagen, sieh uns in der nächsten Folge. Auf rein, tschüss.